so leute wir sind sie wieder bei titanfall und ja ich bin noch leicht das war jetzt dumm von mir ich muss mich halten ob ich es noch gerade wieder ein bisschen einspielen ich habe eben erst wieder angefangen ich werde von hier irgendwo angegriffen aber ich weiß nicht wo ich bin irgendwie voll blind erst wieder geklaut ich glaube es nicht das war auch eigentlich ein scheiß kill aber äh, killeskill Vollfäll geworfen Mist Egal, mein Titan ist da und das heißt, es werden jetzt alles hier ja, getötet aufgedeutet das wird hinlaufen so jetzt geht die Party ab oh, da ist die mir weg na gut, hier ist noch einer ich habe irgendwie gerade voll die Tonlecks wie man auch hört ah, nicht schon wieder immer wenn ich aufdrehe, habe ich ein paar Tonlecks sonst habe ich nie welche also, sorry, Leute was ist mit den Tonlecks ich weiß auch nicht, warum das ist aussteigen, aussteigen, aussteigen aussteigen, ja, ich bin ausgestiegen fuck oh ah, da müsste ich mich eigentlich eben gesehen haben ah, ich habe keinen Bock, auszuspielen wenn es so übelst Tonlecks sind dann weiß ich nicht, wo die Gegner kommen es irritiert einen übelst ich glaube, mir ist es so echt nicht cool ach, kommt gleich ein Ausraster ohne Scherz so, ich glaube, es ist jetzt wieder normal ah, nein, es ist nicht ich gehe nochmal hin das ist nur ganz minimal das lecken oh, es hat Franzer, das ich habe gerade einen Pilot ah, ha, ha das leckt ja ziemlich und bei sehr große Reichweite, ne muss man mal sagen so eine große Reichweite habe ich normalerweise nicht mit dem Teil Alter, leck das hier zum Teufel muss man die Granaten hier loswerden ah, das ist auch mal wieder kaputt ich entschuldige mich mal für diese Fail-Aufnahme hier leider ohne Ton und ich sterbe jetzt hier schon oh, ich habe eine negative KD Mist oh, das tut voll den Kopf mein Kopf hier, weil ich habe Kopfschmerzen da sollte man ja eigentlich nicht zocken das Spiel war einfach mal mega fun dann, dann habe ich mir aber gedacht ja, warum nicht, ne aber ich kann ja, man kann ja nicht denken dass es so ein bisschen Kopfweh tut, wenn es so fehlt hier auf mich drauf ah, Morse Fail ja, 4 zu 6 Mist ein paar schöne Kills waren hier auch leider nicht dabei aber dafür kann man ja leider nichts weil jetzt tut alles gerade flüssig mit dem Ton und so aber eben nicht und leider haben wir von über dir ah, miese Runde aber naja Leute das war es dann leider mit der Runde und bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal über Bye